Musik 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 Irgendwo muss es hier lang gehen Pferdchen Hopp Oh na los Hopp Du bist eine Maschine Die kann nichts wehtun Bewegt dich Nein Falsche Richtung Ja Bei so einem Hügelchen Machst du einen Sprung oder was Komm beweg dich Schneller Hallo Diese Maschinen passen gut auf Können sie ja ist mehr Egal Wir müssen hier auf jeden Fall durch Wir müssen doch irgendwie da hoch gelangen Kann doch nicht sein Irgendwo muss es doch da hoch gehen Das kann doch nicht sein Dass wir da nicht hoch kommen Wir sind doch schon da oben gewesen Lauf 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 laufen laufen springen springen ich bin weg dann geht es halt so hoch über stock und stein egal wieso seid ihr hier hallo wieso sind die hier dass wir hätten die hier vertrieben geht es denn noch weiter nach oben zuerst die kälte ja ich weiß dass wir hier krass es war wieder so knapp du bist da du bist da interessiert mich nicht heiz schnauze so wo müssen wir jetzt hin wir haben noch einen weiten weg vor uns ist da drüben hin wie kommen wir denn dahin noch mehr plünderer hallo wieder schauen reingehauen tschüss blume 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 ich will wissen was die blumen uns später bringen da drüben isti modell 1 d manche ideen atem entflammt in schmetterlingsflügel ok auch von den gefäßen haben wir es fast voll dann würde ich fast sagen wir bleiben hier oben und gehen direkt zur banuk figur weiter gucken dass wir hier irgendwie oben bleiben wenn das möglich ist ach du heilige ein mokraxie bitte ohne zu sterben da hinten müssen wir hin mhm 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 geile Aussicht geben. Wow. Okay, das ist glaube ich der falsche Weg. Ja. Ach da. Achso, da lang. Okay. Eine Skulptur? Bestimmt von den Banuk. Banukfigur, mein Anrecht. Ein hölzernes Artefakt, das neben einem mit Glyphen beschrifteten Stück Pergament als Opfergabe unter einem Stammeszeichen hinterlassen wurde. Tektuk, während die Monate meines Exils zu Jahren werden, denke ich oft darüber nach, was mich davon abhielt, Anspruch auf dich zu erheben. Eine solche Forderung hätte nur mit Blut beantwortet werden können, mit dem Tod von Siknak, unserem Häuptling, oder meinem. Es stimmt, dass ich diesen Kampf fürchtete und seine Stärke, aber nicht so sehr wie seine Folgen. Die Augen von Illy, deiner Mutter, abwesend und tot, wenn sie den Leichnam ihres Partners erblicken würde. Das hätte ich nicht ertragen und so schwieg ich voller Scham. Aber das Schicksal ist kalt und grausam und meine Ängste wurden ohne mein Zutun wahr. Ich male mein Zeichen voller Trauer und hinterlasse dir diese Opfergabe, obwohl sie nie die Wärme deiner Hände spüren wird. Dazu gibt es also auch Texte. Boah. Wenn der Holzbiken jetzt nicht im Weg wäre. So ist besser. Schluck auf. Das sieht selbst mit Regen noch beeindruckend aus. Langer Ritt gewesen. Ähm. Boah, jetzt habe ich mich fast erschreckt. Das Spiel ist einfach erschreckt. Muss ich mir doch mal, хочet ihr? Der hat mir gewöhnt, dass ich mich schon berühmt habe. Sobald ich mich immer wieder anfangen, das kann ich mich mal um. Das ist mir wirklich vor. Sobald ich mich auch schon mal Dritt habe, Sobald ich mich da. Sobald ich mich zum Kanan. Können wir ja schon mal die andere Quest nebenbei machen Hm Muss ja hier das Panorama-Ding sein Nee, vielleicht Oder da Ich glaube da drüben Da wird das Panorama-Ding sein Ja Okay, merken immer da Wo eine Vorratskiste meistens ist Bis jetzt Wow Auf geht's Apokaschitz-Sturm-Tour-Tag 3 Ich war 13, als ich hier eingebrochen bin und randaliert habe Ich und dieser Junge Ich glaube er hieß Star Das war meine erste Verhaftung Ein großartiger Tag für die Mati-Familie Was für ein verkorkstes Kind ich war Sieht aus wie ein Rathaus Jo Dann mal Autsch Weiter Das war's gut an gut, 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 gut so müssen wir nur noch seinen ring finden auch mal wieder paar ressourcen meine freunde wir brauchen mal wieder ein paar ressourcen sonst können wir hier nicht überleben was war das war das spencer hallo bei spencer gab es auch mal was auf die mütze Lagerfeuer entdeckt, Lagerfeuer, Zwischenspeicher, Lagerfeuer, Wildschwein, Batsch, Fisch, Fisch, kein Fisch. Scharker Schneefall, die Welt wird weiß. Ja, komm näher. Und schlaf schön. Boah, wie weit ich hier bin. Ruhig, habe ich gesagt. Das heißt nicht, dass du angerankt kommen sollst. Untersuche das Gebiet. Schwierig die Spuren auseinander zu halten, aber das hier war Time und ein Wildschwein. Gebiet. Gut. Wir haben die Spur gefunden, wir folgen der Spur. Sehr gut, wir haben den Ring gefunden, im Wildschwein drinne. Sehr gut. Sehr, sehr hübsch. Und da können wir auch gleich hoch, dann können wir erstmal ein paar Sachen abgeben. herrlich. Hep. 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 Na, wirst du wohl. Wirst. Da kann man nicht ran. Das geht von da nach da. Da. Da kann man sich doch lang hangeln, also bitte. Was ist der Naga? Achso, er hat ja gesagt, er wartet am Lagerfeuer, gut, ich wusste nicht welches Lagerfeuer. Gut, gut, gut. Gut, gut. Das ist irgendwie auch geschehen. Ich fand deine Freunde, du weißt schon wo. Sie kommen bald zurück. Oh, danke. Danke, danke, danke. Was für eine Erleichterung. Bitte. Du verrätst es doch niemandem, oder? Nö. Ganz ruhig. Die Stammmütter singen die Hymne der Buße. Ich denke, ihr seid sicher. Das stimmt. Die Hymne ist Sühne für uns alle. Danke. Das habe ich nicht gemeint, aber gut. So. Notizbuch, es sind mehr Objekte. Achja. Da war ja wieder was zum Lesen. Also, ich glaube, es istbarer sich. So. Okay. Ja. Oh, so viele Kisten haben wir schon wieder. So, können wir jetzt noch was... So, können wir jetzt noch was, wenn wir jetzt noch was, wenn wir jetzt noch was. Nehmen wir nur noch einen Fähigkeitspunkt. Das dauert jetzt aber auch. Schnell noch was verkaufen. Läuft gerade nicht, Entschuldigung. Schauen wir was davon? Natürlich! Ich hab's kurz mal übersprungen. Ja. 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 Das könnten wir uns holen. Das könnten wir uns holen. Das nicht. Das nicht. Das leider auch nicht. Das könnten wir uns holen. Das auch. Das leider nicht. Aber ich weiß nicht, die sind nicht alle so... Ich meine, okay, 15 Resistenz gegen alles. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht, ob ich das eingeblendet stehe. Ich muss los. Gute Geschäfte noch. Danke. Hm. Wär schön. Danke.